und damit herzlich willkommen hier zum spiel gegen konjas bohr das nächste pokal spiel ja und auch das letzte am heutigen tage es ist 23 u 10 und 1 zu 0 ja ist 23 u 10 und es ist wirklich das letzte pokal spiel und wir sind so gut wie durch wir werden dennoch woher hat einer sogar fans wir werden dennoch das team noch mal eben auf sehr offensiv stellen denn ich möchte heute ein sehr schön spiel noch mal von unserer mannschaft sehen wenn es geht vielleicht ein 4 5 0 wir müssen mal gucken so ganz genau weiß ich auch nicht wie das spiel heute verlaufen wird aber es ist halt ein spiel vor der liga und deswegen sind wir gucken oh jetzt kommt und golu da an aber wir haben glück dass unser torwart halt wirklich ein ganz ganz starker ist auf freistoß für aslan auch der ball ist drüber ja morgen dann die liga ich bin schon richtig gespannt wie das wird ich habe schon richtig lust auch auf die neue saison sage ich jetzt mal pokal okay ich habe schon unseren nächsten gegner gesehen und der wird in sich haben das kann ich vielleicht noch mal am ende zeigen der ist richtig stark und ich glaube bei dem könnten wir sogar ausscheiden schon im pokal in der zwischenrunde also das wäre ja schon wahnsinnig aber es ist leider so denn der hat fast die gleiche stärke wie unsere mannschaft naja vielleicht können wir mit einem tor spektakel hier den gegner ein bisschen angst machen im nächsten pokalspiel dann ben solomon ja da kann noch ein tor fallen das machen richtig stark guzmann was ein pass aber dann nicht konsequent genug hauptsache wir spielen zu null das ist auf jeden fall wieder mein ziel für dieses spiel aber wie eine absolut starke mannschaft haben ja gut wir spielen auch sehr offensiv muss ich dazu sagen also von daher vielleicht ein bisschen optimistisch wenn wir das zu null heute gewinnen boah was ein ball spielen ziemlich hektisch ich glaube dann sollte ich doch mehr nur auf offensiv gehen und nicht auf sehr offensiv sehr offensiv könnte vielleicht wirklich zu sowas führen oh gott oh gott die gehen ja echt zu offensiv ran nee dann möchte ich ein geordnetes spiel haben die chance warten wir noch ab der ball ja müssen wir wir gehen auf wir gehen einfach auf normal egal wir müssen ja nicht übertreiben ich dachte das bringt was aber anscheinend nicht boah wie viel ballbesitz wir haben elf meter für dubois und 2 zu 0 sehr schön gut jetzt haben schon halbzeit so schnell geht das wir können ja mal auf die highlights schauen insgesamt fünf zu null also sieht doch ganz ganz nett aus wo ich bin aber schon mega müde zum glück ist das nächste spiel morgen um 17 uhr irgendwas dass dann das erste champions league spiel wann das erste ligaspiel weiß ich nicht wenn das morgens ist tut mir das wirklich leid dann kann ich das erst im nachhinein nach dem champions league spiel zeigen oder ich mache ein extra part müssen mal gucken ben solomon fast mit dem 3 zu 0 jetzt pucker pucker geht findet ben solomon und der schweißt den richtig rein hallo was ein ding also so ein teil habe ich auch noch nicht gesehen hier bei top 11 3 zu 0 und ja die halbe miete ist voll und wir gehen sehr gut drauf also mir gefällt das wir spielen sehr klaren fußball auch astro ball spielen das teilweise hektisch was nicht sein muss aber größtenteils sieht das schon ganz ganz stark aus und hinten lassen wir auch nichts anbrennen also das könnte heute ein super sieg werden es gibt gelb und freistoß für infante und das hat natürlich nichts gebracht urgullu der schon gestern auffällig war schön den ball geholt und den müssen wir nutzen guzmann junge du bist eiskalt fast normalerweise macht guzmann den ball wir wechseln mal aus würde ich sagen wir müssen jetzt nicht alle spielen lassen würde nochmal sagen wir bringen haja für brake und wir bringen noch mal den pantin für puga und dann noch ein wechsel schnir für curtis ups warte mal irgendwas habe ich mit elfer schütze gelesen egal lassen wir es mal weg die schützen und so weiter die werde ich noch auswählen keine sorge sagen wir mal gucken was die neuen noch bringen oh jüxel der war nicht so schlecht aber ich denke mal es wird beim drei oder vielleicht vier null bleiben am ende also ziemlich souverän die erste runde aber wie gesagt die zweite runde könnte schon das ausheißen oder bedeuten ich habe da ein bisschen angst vor wenn wir dann gegen den spielen wenn es aber so weiter geht wie jetzt dann ist natürlich alles gut aber ja mal schauen das trippel war ja das ziel teilweise so morrisen gute flanke in den straffraum aber leider von der verteidigung geklärt so ein tor möchte ich noch sehen ecke über das tor bitte kein gegendor mehr dem hier das kann nee das macht die verteidigung dann doch noch ganz ganz geschickt so eine möglichkeit kriegen wir noch zu sehen wahrscheinlich für den gegner nein für uns gußmann komm lauf wenn solomon oh forsten noch mal ein schöner schuss schöner strahl von gußmann ach von ben solomon denn richtig gutes spiel gemacht hat wir gucken noch mal auf die statistik also 63 prozent ball besitzt sieht doch ganz ganz nett aus hier noch mal die tore zum nachschauen ich glaube diese ganzen schützen waren gestern sogar an den toren beteiligt naja gut dann gucken wir jetzt noch mal auf den pokal ja ich habe spieler verkauft und wir spielen dann wirklich gegen follen boy ff vfl und der ist borussia münchen glattbach fern anscheinend und der hat ein richtig starkes team 89 prozent hat der fast 90 und der hat ein gutes team also vor dem habe ich angst aber 3 3 3 3 3 0 3 0 sieht schon ganz gut aus und ja wir spielen dann jetzt morgen gegen celtic in der champions league wir sind natürlich klar der favorit ist ja ganz ganz klar training werden wir auch noch zusammen machen ja sieht doch ganz ganz souverän aus ich bin zufrieden noch mal 3 zu 0 gewonnen zu 0 ist immer gut wissen wir alle und ja ich bin zufrieden ich freue mich schon auf den morgigen tag ligastart und champions league start und champions league ja muss auf jeden fall gewonnen werden wie die liga aussieht werden wir auch zusammen analysieren teilweise und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen abend macht's gut oder schlaft gut am besten und dann sehen wir uns morgen wieder wenn es dann in alter frische wieder los geht bis dahin ciao 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 ciao